Okay, es geht gegen DudaSky. Ihr wisst ja wahrscheinlich alle noch das Finale von damals, vom letzten Drachen Arena. Wo DudaSky da hochgekommen ist und mich mega fertig gemacht hat. Ey, das... Das hängt mir immer noch nach. Ich will Rache dafür am liebsten. Oh Gott. Wie der das macht, ey. Unglaublich. Oh, ein Longshot hat ihn erwischt. Ich will Rache dafür am liebsten. Oh Mann, ey. Wow, das ist einfach lustig. Ich glaube, du, das war es einfach jemandem so leid, mich immer abbrechen zu sehen. Dann haben wir einfach getradet. Naja, ich glaube, wir sollten jetzt hier mit den anderen hier mal aufräumen. Wenn das möglich wäre vielleicht, oder... Doch, wieder auf DudaSky. Nein, das ist... Mal so... Nein, ey. Ich bin doch ausgewichen, Mann. Wieso... Ach... Eine Millisekunde zu spät bestimmt. Kann nicht wahr sein, ey. Nein! Oh, scheiße, der weicht auch noch aus, Alter. Beides lädt bei mir auf, ey. Krass. Okay. Hier geht's weiter. Haha. Ja, der Chat ist geil. Ja, gegen DudaSky, das ist schon eine echte, richtig krasse Hausnummer, Alter. Wow. Geil. Jungs. Gria. Tschüs. 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 Komm her, du. Nein! Jetzt hat er mich doch in einem unaufmerksamen Moment erwischt. Ja, das ist ein krasser, guter Spieler wohl. Tja, zu meinen, als ich hier noch ziemlich viel Nubisch war in Drachen Arena, also zu Anfang. Also vor drei Jahren ungefähr oder so. Da waren auch längst nicht so viele Prost da. Oh! 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 Oh, das ist normal. Oh! Oh! Heile auf Nuramoney. Nuramon, Vorsicht! Scheiße. 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 Wow. Cool. So. Und weiter geht's. Geht immer weiter hier. Oh, nicht was aufnehmen, ey. Ich hab zu früh auf den Aufnahme-Button gedrückt. Steh ich hier noch rum, ey. Dürfte der wunderschönen Musik von Daft Punk lauschen. Daft Punk lauschen. Oh, mein, ist das leicht. Oh, da kam einer von der Seite. Ich dachte, der wäre vielleicht anderweitig beschäftigt. Das wäre gut gewesen. Die liefen ja schon. Nur weil ihr so schlecht seid und nichts geschissen bekommt, strengt euch einfach mal an, Leute. So schwer ist das Spiel auch nicht. Naja. Okay. Hier spiel sind wir ja auch schon ein paar Jahre. Aber auch immer nur zu den Events. Deinem Leben, deinem Leben, deinem Leben. Willst du heute Nacht mit Kabel sein? Gehörst du mir halt ganz allein? Ich bin mit dir die Sterne sehen. Dann will ich mich von dir vergehen. Ich bin von dir elektrisiert. Wenn ich nach deinem Körper schiele, denke ich nur an Doktorspiele. Oh, jetzt habe ich zu viel gesungen. Anstatt mich aufs Spiel zu konzentrieren. Ja, wundert euch nicht, wenn ich nichts sage. Jetzt unbedingt, wenn das Video immer startet. Ich habe eigentlich nicht viel zu sagen. Es gibt noch kein Spielgeschehen, was ich kommentieren kann. Ach, der Typ hat sich wohl ein bisschen leichter ausgerechnet gegen mich vielleicht. Musik Ja, geil Xen fragt, ob ich sinken will Ja, eigentlich schon, aber lass mich kurz den Kampf hier Ich will kurz den Kampf fertig machen Irgendwie dann frage ich mal Nuramann Haha Okay, das ist Das war scheiße hier Das war scheiße Oh, ich vergesse die ganze Zeit Da wirklich immer wieder das Reden, ey Wir sollen erstmal den Kampf noch gewinnen vielleicht Okay, gut Äh, ja, es geht weiter Ich versuche gerade irgendwie Den Sync hinzukriegen mit Xen und Nuramann, aber irgendwie will es nicht gelingen Jetzt dreht mir ja stattdessen gegeneinander an Ich bin jetzt gerade ziemlich gut drauf, glaube ich Oh, was, ich... Oh, Alter, ich sollte nicht so große Töne spucken Ja, das Ding ist, man läuft nach rechts und geht Der Schuss will dann halt in die rechte Richtung Und will dann nach links gehen, um auszuweichen Und... Aber irgendwie mache ich das dann zu früh Und dann geht der Schuss doch nach links Vielleicht schaffe ich es auch Sinn, um zu hauen Habe ich getroffen? Ich glaube schon Oh, Xen, du hast nicht aufgepasst Nicht so viel auf mich fokussieren und die anderen dann vernachlässigen Ah, toll Da konnte ich nichts mehr machen Nur weil ich den anderen getötet habe Ah, da hat es dich erwischt wieder In letzter Zeit beobachte ich mega, wie die Teams Voll verkacken, wenn ich nicht dabei bin Nein! Ich hätte es besser abbrechen sollen Wow Ich weiß nicht, wie ich da noch entkommen bin Aber es hat vorwissensichtlich funktioniert Ich weiß nicht, wie du es Nein Scheiße